Taylor Swift wird 33 Jahre, waren ihre größten Erfolge. Taylor Swift ist nicht zu stoppen. Der Star gehört zu den absoluten Megastars in der Musikbranche. In ihren frühen Anfängen begeisterte die Sängerin noch als Country Girl mit lockiger Mähne und Gitarre. Im Laufe der Zeit änderte sich ihre Musikrichtung, damit aber nicht ihr Erfolg. Zahlreiche verkaufte Platten und mehr als 330 Auszeichnungen sind nur einige Erfolge, die Taylor bis heute vorweisen kann. Anlässlich ihres 33. Geburtstages lässt Promiflash ihre Karriere noch einmal Revue passieren. Im Jahr 2008 wurde Taylor mit dem Album Fialis zum gefeierten Star. Bereits im zarten Alter von 19 Jahren gewann sie mit der Platte insgesamt vier Grammy Awards. Ihren Wandel zum Popstar gelang ihr 2014 mit dem Album 1989, welches sich in den ersten Wochen mehr als 1.28 Millionen Mal in den USA verkaufte. Doch auch ihr aktuellstes Machwerk Midnight sprach alle Rekorde und ließ sogar den Streamingdienst Spotify abstürzen. Auch ihr Songwriting-Talent wurde im Laufe der Zeit mit zahlreichen renommierten Preisen anerkannt. So hat Taylor bereits elf Grammy Awards in ihrer Tasche. Auch bei den diesjährigen American Music Awards übertraf die Künstlerin sich mal wieder selbst und hat nun eine stolze Sammlung von 40 Trophäen. Ihre Fähigkeit zum dichten Verschafften der Sängerin nun auch ihr eigenes Filmprojekt, bei welchem sie Regie führen wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017